Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um die Polykondensation für den Leistungskurs. Das Video gehört zur Reihe Kunststoffe. Als Vorkenntnisse solltest du bereits Videos über Polymerisation gesehen haben. Du weißt was Aromaten sind, weißt über die Verästerung Bescheid und hast Vorstellungen über die Peptidbindung. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video eine Übersicht über die Polykondensation und wichtige Beispiele dafür zu geben. Das Video ist unterteilt in 8 Abschnitte. 1. Das erste Polykondensat. 2. Polyester. 3. Polyamide. 4. Phenoplast. 5. Aminoplaste. 6. Epoxidharze. 7. Silikone. 8. Eine Übersicht. 1. Das erste Polykondensat. Im Jahre 1872 brachte der deutsche Chemiker Adolf von Bayer Phenol und Formaldehyd zur Reaktion. Er erhielt einen Kunststoff von orangener, roter oder schwarzer Farbe. Bei der Reaktion wird wasserfrei. Es ist eine Kondensation. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause.